Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen das Tool Term Explorer vorstellen. Dieses Tool ist nur dann nutzbar, wenn Sie sich registrieren, aber dann können Sie es in einem eingeschränkten Maß kostenfrei nutzen, indem Sie eben fünf Anfragen pro Tag hier stellen können. Spannend ist hier das Bulk Keyword Tool. Sie können das starten und müssen dann hier entsprechend einen Projektnamen eingeben. Wir bleiben bei unserem Beispiel Rasenmäher und können hier eines oder mehrere Keywords eingeben und dann wichtig ist, dass Sie ein Stück weit runter scrollen und hier noch Land und Sprache wieder eingeben und dann Start Job drücken und dann rechnet das Tool und bekommt eben auch hier wieder das Keyword, passende Keywords dazu, den Competition, also den Wettbewerb um dieses Keyword oder um die Keyword Phrasen, die dann zusätzlich ausgegeben werden, das monatliche Suchvolumen und der durchschnittliche CPC sowie weitere Angaben. Was besonders spannend ist, ist der Filter. Sie können also hier zum Beispiel negative Keywords definieren. Beispielsweise könnte man hier den Begriff Kaufen eingeben oder auch positive Keywords und dann wird eben ein Filter über die Ergebnisliste gelegt, sodass Sie die Möglichkeit haben, hier bereits auszufiltern oder eben nach bestimmten Begriffen zusätzlich zu filtern und zu suchen, sodass dies zum einen ein gutes Tool ist, um eine Analyse der Keywords vorzunehmen und zum anderen auch, um zu besonders werthaltigen Keywords noch einmal zusätzliche Keywords zu finden. Also insgesamt ein sehr spannendes Tool, was aber leider wieder im kostenfreien Rahmen nur sehr eingeschränkt und zur Verfügung steht.